hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde jetzt zu einer kleinen timelapse ja ich hatte es ja gestern in der folge gesagt dass ich meine festplatte voll war und die teil ist nicht gespeichert wurde und ich so das noch mal bauen wollte für euch und das habe ich jetzt auch gemacht er ist natürlich jetzt eigentlich im prinzip komplett anders geworden als ich vorher mal hatte da hatte doch dann andere ideen aber besser ein paar sachen sie gleich geblieben aber wie gesagt ihr kennt es das andere nicht also von daher ist für euch alles neu und ich hoffe es gefällt euch die time das wird etwas länger normalerweise wird heute auch keine folge kommen deswegen mir gedacht lassen wir alles in nur mal acht zeitraffer also jetzt knapp 20 minuten zeitraffer video und am ende habt ihr dann noch eine mit fahrt von dem neuen zug den ich gesetzt habe einmal von startpunkt bis ausfahrt minden hauptbahnhof ja ich wünsche euch viel spaß und wir sagen sehen wir uns morgen wieder bei einer weiteren folge bis dahin okay so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020